Der chilenische Staatspräsident Gabriel Boric hat eine Initiative zur Suche nach verschollenen Opfern der Pinochet-Diktatur in die Wege geleitet. Vor 50 Jahren, am 11. September 1973, riss General Augusto Pinochet mittels eines Putsches die Macht an sich. Er herrschte in Chile bis 1990. In seiner Amtszeit wurden Schätzungen zufolge rund 3.200 Oppositionelle getötet bzw. verschwanden spurlos. Der 2006 verstorbene Pinochet wurde nie juristisch zur Verantwortung gezogen.